Die Ansage diesmal darfst du machen. Warte. Oh ne, das kann ich nicht. Na egal, so. Lass mal stecken. Mach los. Nein. Nein, ich weigere mich. Ich verweigere diesen Dienst. Löl. Okay. Und ein deftiges herzlich willkommen zurück zu Let's Play, Minecraft, Sky Adventure und das Ganze auf der Playstation 3. Und wieder mit, oder immer noch mit SOT91. Aloha. Hey ho, Leute. Hey ho. Und wir waren jetzt noch die ganze Zeit am Exportieren und währenddessen ist hier auch ordentlich was gewachsen. Wir haben die Map nämlich gar nicht verlassen. Ist einfach nur hier stillschweigend hungestanden und nichts getan. Irgendwie ist hier... Oh. Haben wir hier gerade übers Feld gehüpft. Na ja, erstmal Feldpflege machen. Moment, da muss eh kaputt gehen. So. Ah, schon wieder eine giftige Potato hier bekommen. Moment, ich sehe da noch mehr. Ja, richtig fett Potato. Hier gibt es ja richtig Fressen endlich, ey. Na ja, ich habe ja auch ein bisschen was angepflanzt hier. Genau. Wir müssen aber jetzt Kobbel... Äh, wenn du mit deinen komischen Bäumen hier endlich mal fertig bist, müssen wir auf jeden Fall Kobbelstorm fahren. Äh, ja, ich werde mich, äh... Oha. Umgehend... Äh, toll. Weißt du, wir starten die Aufnahme und direkt Autosave, ey. Sehr genial. Ich kann schlecht fünf Minuten jetzt in die Kiste gucken, bis es... Das sind fünf Minuten in der Aufnahme rum sind. So, falls ich ein bisschen leiser bin, liegt daran, dass ich jetzt gerade so ein bisschen gemütlicher mal sitze, weil... Ich mache es einfach im Audio-Programm dann etwas lauter. Äh, hallo Creeper. Wie geht's euch? Ja, grüß dich Creeper. Ja. Ja, klar, explodier mal. Ja, explodier du auch mal. Ist klar, ey. Ich springe hier alles in die Luft. Ist ja nicht so, dass wir nichts anderes zu tun hätten. Skelett ist zu doof zum Treffen. Ja, komm, schieß doch. Der Hund. Boah, das Skelett ist echt irgendwie... Löl, ein Hit, ey. Und das Ding war weg. Der Creeper hat mich noch nicht gesehen. Das ist schon mal gut. Irgendwie war der Creeper nicht so sehr intelligent, wie ich das gedacht habe. So. Wollen wir hier ein bisschen schauen. Äh, ich brauche eins, zwei, drei und hier wieder einen neuen Zaun. Ah, ich habe ja hier noch einen Zaun. Eins, zwei, drei und vier. So. Äh, passt da. Gehst du, äh, wenn du aus deinem Busch da raus bist, endlich mal, äh, Dings farmen? Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Kann man den Busch erstmal hier... Kann man den Jump schaffen? Unterholen. Ich geh mal Creeper töten. Mach grad mal. Ohne hoffentlich, dass dort viel wieder explodiert. Alter. Kann sein, dass die Dinger hier viel schneller explodieren als vorher. Ich muss eh was fressen, ey. Hab ich noch was zu futtern im Inventar? Hab ich nicht. Alter, geh doch zu jetzt. Geh doch zu. Ich will fressen. Melone. Melone, 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 Melone. So, dann werden wir jetzt auf jeden Fall da drüben auf der Insel, äh, fackeln gleich sitzen mit, bevor es wieder Nacht wird und die Insel soweit fertigstellen, damit wir da endlich, äh, unser Feld hin exportieren können, wie man so schön sagt. Äh, hier sind auch noch Mittellönchen. Wann sind hier so viele Sitzlinge? Hier sind's auf jeden Fall Sitzlinge. Ah, ich muss mich doch ein bisschen umsetzen, Freunde. Tut mir leid. Schade eigentlich. Ich weiß jetzt nicht wundern, wenn ich kurz leise und dann wieder laut werde, aber das bringt nichts. Ich sehe ja gerade den Ausschlag halt von den Pegeln, wie leise ich da bin. Das ist, äh, definitiv etwas zu leise. Das muss ich ein bisschen abändern. Äh, normale Zäune kann ich mir mal mitnehmen. Die werde ich nämlich auf jeden Fall noch brauchen. Und das werde ich auch noch brauchen. Äh, wieder zwei Törchen hier. Und dann würde ich sagen, Geronimo. Na, komm schon. Scheiße. Sprung nicht geschafft. Egal. Egal. Haben wir das halt jetzt hier. Ich hoffe, das reicht an Dirt, was wir hier haben. Weil allzu viel haben wir auch nicht mehr. Ich war ja so großzügig und hab, äh, vor knapp vier oder fünf Folgen das andere Dirt ja von der Insel geschmissen. Ja, das war vor über sechs Folgen, also vor sieben Folgen oder so. Weil wir das ja am Anfang in der ersten Folge von unten geholt haben. Weil wir ja keine Lava am Spawn planten können hier. Ja, das wird nicht reichen. Scheiße. Das ist kack. Okay, sag ich dazu. Ja, das ist echt scheiße. Dass das jetzt nicht reicht hier. Ich hätte gedacht, das reicht. Naja. Man kann ja nicht alles haben. Muss ich dann mal hier umstrukturiert bauen. Wenn ich die ganze Erde hier nochmal einsammeln. Zur Not werden wir den Außenring noch von unserer Hauptinsel, äh, von dem Dirt-Bett freien. Ja, das können wir eh, können wir jetzt eh eine Dirt-freie Insel machen, weil... Ah, nee, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier... Moment, kriegt man mit Knochenmehl auch Grasblöcke gepflanzt? Ich glaube nicht. Ich weiß das gar nicht. Müssten wir ausprobieren. Weil das weiß ich jetzt echt nicht. Weil da müssten wir jetzt erstmal von da drüben aus so Dirt platzieren, dass da Gras rüber wächst. Äh. Das würde ja dann... Ey, jetzt reicht's aber mit Bäumen, ne? Langsam. Weiß ich auch. Dann wird's nämlich nervig, deine blöden Bäume hier. Och, ich find's schön. Jaja, du findest das schön. Und ich werde hier gar nicht gefragt, oder wie? Also Greenpeace würde Danke sagen. Jaja, Greenpeace. Ein Mythos hier. Ich bin auch Fan von Sea Shepherd und trotzdem, äh... Interessiert mich Greenpeace ein Scheiß. Das ist eine ganz andere Thematik. Wenn's nach denen geht, würde... Wenn's nach denen geht, würde... Alles verboten sein, wird... ...die Umwelt beschlasten würde. So. Wenn wir hier mal erstmal wieder eine neue Fackel setzen. Hier auf den Zaun. Da auf den Zaun. Da noch. Da noch. Hier kommst du noch nichtmals mehr durch den Eingang, ey. Durch wegen deinen blöden Bäumen, ey. Ich fackel den gleich ab, hier. Gute Idee eigentlich. Na ja. Müsst du jetzt... Ey, wir haben kein Flint. Hast du ein Glück. Hast du ein Glück. Dass wir kein Flint haben. Das Glück ist immer mit dem Bäumen. Äh, so ungefähr. Mal jetzt echt mal gucken, dass ich, äh... Dass wir das hier rüber gebaut kriegen. Müssen wir das mal jetzt so ein bisschen... Oh nein, geh nicht fliegen. Ah, zu spät. So. Äh, brauchen wir jetzt Cobblestone, dann, äh... Wenn wir das jetzt einmal... Umbauen hier in eine Cobblestone-Insel. Autsch. Darf uns nur kein Cobblestone mehr flöten gehen am besten, ey. Richtig langsam dann doof. Hallo? Hier geht ja immer noch Cobblestone-Flöten, ey. Das gefällt mir gar nicht. Das ist doch Schüssel und ein bisschen, ey. Ich bin jetzt hier mit Mühe und Not am Abarbeiten. Wie vor Blamp hast du das da drüben, oder was? Ich... Ich rede vom Dirt. Entschuldigung. Ach so. Ich hab mich versprochen. Versprecher for the win. Oh, fuck. Nein! Ich hab euch doch. Doch. Hast du vier verloren? Hä? Ja. Äh... Warum hast du so viel Rohholz dabei? Oh, was ist jetzt falle ich hier wieder runter, ey. Scheiß Loch. Ja, du hast richtig viel Rohholz dabei. Aber da hat zumindest einiges, sag ich mal so. So, das noch da wegpacken, die Thematik auch noch ein bisschen verpacken und dann restliche Dirt müssen wir jetzt gucken, wie weit man... So, dann heißt es jetzt Feld adios. So, dann heißt es jetzt Feld adios. Dann bauen wir jetzt das Feld ab. Na ja, jetzt eh genug fressen brauchen wir uns jetzt da erstmal nicht drum saugen. Der Kürbis ist auch noch gewachsen. Na ja, wunderbar. Melonen haben wir auch nochmal wieder ein paar. Ja, wunderbar. Besser kann es auch gar nicht laufen. Ah, hier noch ein bisschen rumhopsen. Ähm... Ähm, 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 Wasser, Wasser, Wasser. Wasser, 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 Wasser. Das kann da hin. Die müssen da hin. Die Melonen, Samen, Kürbissamen, etc. Das da hin, das da hin. Kartoffeln noch, Kürbis noch. Wir bräuchten mal eine, äh, Schaufel. Fällt mir grad mal auf. Ich mach jetzt mal eine. Dein Baum ist sogar schon über dem Crafting Table, Alter. Jetzt wird's aber langsam echt lästig. Komisch Ding da, ey. Jetzt wird's aber Nacht. Komm mal rüber, wenn's geht. Dann, ähm... runter, das wär' ziemlich doof. Alter, ey, schon ein Skelett. Ich hau mal lieber ab. Bevor ich jetzt hier das bisschen Dirt noch verlebert, wir eh hier nur haben. Können wir uns doch nicht mal schlafen legen, weil hier so viele Bäume sind, ey. Jetzt haben wir auf, da so rumzukrakehren. Ich hüpfe jetzt hier auf unserem Feld, damit hier ganz viel Gras wächst. Ja, vor allem, wir müssen jetzt eh die Bäume abfällen, weil, ähm, sonst wächst hier auch kein Gras. Oder zumindest beschissen nur. Weil's halt kein Licht zulässt, dann auch. Bist du da? So am Weg. Ja, ich bin in das Loch gefallen. Lö. Ja, hier ist dann ne Treppe. Komm, ab in die Haier. Ab in die Haier. So, guten Morgen, liebe... Oh, wieder ein Bett hier vom Baum, ey. Äh, vom... Vom Glotz. Mann, da sind so viele Monster. Ich hab Angst. Neh ich erstmal die Ho da rein. Geh mal Kobbelstunen fahren. Hört mal hier ein bisschen runterversetzen irgendwie. Haben wir mal einen Kobbelstunen-Slot mehr. Wie die Creeper wieder geiern, ey. Warum können die Creeper eigentlich gerade fliegen? Versteh jetzt gar nichts mehr. Aua. Pass auf, da sind Creeper, ne? Ähm... Wir haben ein Problem. Warum? Was denn? Oh. Hat sich soeben erledigt. Hat sich so stolz. Vielen Dank.